Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich meinen Dekoteller von Action umdekoriere. Ich hatte das Video bereits auf Arabisch gepostet, möchte es aber jetzt gerne nochmal auf Deutsch. Für die, die es leider nicht verstanden haben auf Arabisch und zwar ist es super einfach. Ihr könnt den Teller umdrehen, dann die Häkchen, die Häkchen, die Zähnchen einfach aufklappen nach oben und dann könnt ihr den Teller so entnehmen vom Rahmen. Also an sich, der Teller, der Spiegelteller mit dem Fuß sieht doch schon super schön aus, aber ich werde da noch ein bisschen einiges dran ändern, weil mir gefällt dieser silberne, dieses silberne abgekratzte, das sieht schwarz aus, sieht so ein bisschen verrostet aus auf den Tellern. Ich weiß nicht, ob das extra so ist, aber mir gefiel es halt persönlich nicht. Wenn ihr sehen könnt, ich weiß nicht mehr, ob man das jetzt so gut sehen kann. Spray ich das jetzt ein mit dem in Silber. Die Sprayfarbe habe ich auch von Action gekauft und so sieht das dann aus, nachdem ich es gefärbt habe. Ihr könnt natürlich auch eine weiße Farbe nehmen, das würde auch nicht schlecht aussehen, aber ich habe mich jetzt für diesen silbernen Ton entschieden. Und es hat auch super geklappt, hat ganz schnell getrocknet. Jetzt habe ich noch hier so Kristallsteine von meinem Kronleuchter. Die waren als Ersatz dabei, als ich ihn gekauft habe, falls mir eine kaputt gehen sollte. Und jetzt kamen sie kurz zur letzten noch in Verwendung. Ich werde, wie ihr sehen könnt, sie gleich an dem Teller aufhängen. So an der Seite ist so ein Haken, wo man das hier in dem freien Raum da einfach reintun kann und befestigen kann. Die hängen dann den ganzen Teller einmal herum. Und ja, die Steinchen zeige ich euch gleich nochmal, was ich damit machen werde. Jetzt schnappt sie sich aber erstmal Sophia, weil das ihre sind. Genau, ich fange jetzt langsam an, jedes Mal abwechselnd. Am Anfang habe ich erstmal nur die großen gemacht, die großen Steine genommen und sie gekürzt, aber ich werde sie später da nochmal umändern. Das seht ihr aber auch nochmal gleich im Video. So hänge ich sie einmal komplett an dem Teller heran. Also wie ihr sehen könnt, super einfach und wenig Aufwand und es sieht richtig edel aus. Also ich hatte den jetzt schon so oft in Gebrauch, den Teller. Hier sind sie alle noch lang, also fast zum Boden hin, aber sie berühren den Boden noch nicht. Ich hätte jetzt noch so eine Kette, damit hätte man auch noch was machen können. Aber damit es auch nicht zu viel wird, habe ich es doch nicht gemacht. Und mir ist dann auch, nachdem ich dann euch auf Instagram, also wenn ihr noch nicht auf Instagram bei mir, mir noch nicht auf Instagram folgt, mein Account ist Hanan Sofia. Den schreibe ich euch aber am Ende nochmal auf. Dann seht ihr das, dass ich dann nochmal gekürzt habe. Die Glitzer-Steinchen-Sticker von Sofia. Da wollte ich eigentlich gerne euch nur zeigen, wie man sie verwenden könnte, weil der Rand ja nicht so gut verarbeitet ist, könnte man den Rand einmal komplett mit diesem Stein bekleben. Das würde dann auch sehr schick aussehen. Da ich es aber eher schlichter mag und nicht so viele Steinchen, habe ich mir gedacht, solange das noch nicht beschädigt ist, der Spiegel oder ähnliches an den Rändern, passiert das ja, dass manchmal der Spiegel dann noch ein bisschen kaputt ist von der Seite. Das war jetzt bei meinem Teller zum Glück nicht der Fall. Und so sieht der Rahmen dann aus. Den habe ich dann später noch was anderes benutzt. Und so sah er dann halt auch eingesprayt aus. Das könnte man auch noch machen, sodass die von unten hängen, die Steine. Aber mir kam es persönlich zu viel vor, aber es kann auch sein, dass es jemandem gefällt. Mir gefiel es so schlicht lieber. Ich schaue nochmal, ob es sich befestigen lässt. Es würde auch super klappen. Also die Steine fallen nicht raus, wie ihr sehen könnt. Die würden sich auch nicht bewegen. Aber ohne den Rahmen ist es doch besser. Und so sieht der nochmal aus nach dem Spray. Also wie ich schon gesagt, die Farbe war super. Es ging ganz schnell. Es trocknete innerhalb von 10 Minuten und sah schon ganz besser aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!